So, ähm, warum klatsche ich? Ich weiß es nicht, weil klatscht voll schön. Es ist ein positives Gefühl. Wenn du klatscht, bist du glücklich. Ja, herzlich willkommen zu Tor 2. Heute verlose ich den zweiten Gewinn. Hinter Tor 2 steckt nämlich eine Gladius Optical Gaming Maus. Ja, ich guck mal, ich kann das mal inhalten, ohne dass es so spiegelt. Die hat Detachable Micro USB Cable. Dann hat die eine mega geile Form. Also ich habe auch eine für mich gekriegt. Damit ich euch natürlich keinen Scheiß jetzt hier verlose, musste ich natürlich vorher ausprobieren. Die liegt richtig gut in der Hand. Also für meine Hand. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die ist nicht so geneigt oder so, sondern relativ gerade. Das kommt mir sehr gelegen. Das finde ich sehr cool. Da steht Epic, Agenomic Design, Easy Swap Switch Sockets und Separate Left-Right Buttons. Okay, also du kannst das auch austauschen. Die Buttons, wenn mal was kaputt geht, glaube ich. Und das Wichtigste bei dieser Maus ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, sie leuchtet rot. Ja, eigentlich sind die ganzen Spezifikationen und das, was sie toll ist, kann gar nicht so wichtig, wenn das Wichtigste ist, dass sie rot leuchtet. Ganz klar. Auf jeden Fall, warte mal, kann man da reingucken? Ah, guck mal, man kann sogar da reingucken. Da könnt ihr es nochmal, wenn es nicht allzu sehr hier reflektiert, könnt ihr nochmal schauen. Das ist die Maus, mega, mega cool. Und ist von Republic of Gamers. Habe ich von denen auch zur Verfügung gestellt gekriegt, damit ich euch schöne Geschenke machen kann. Und das ist ja noch nicht alles. Nein, natürlich ist das nicht alles. Ja, wir sind ja hier bei, ähm, wie heißt das nochmal? Wie hieß nochmal früher diese Sendung, wo man sich was wünschen durfte. Wünscht ihr was? Nein. Mit Rudi Carell war das. Wie hieß das denn? Ich weiß es nicht mehr. Schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr es wisst. Wahrscheinlich seid ihr aber auch zu jung. Egal, ihr könnt es ja nachschauen. Und dazu, also zu der geilen Gaming-Maus, gibt es noch ein Mauspad, auch von Republic of Gamers. Das ist auch mega, mega geil. Das ist so, ich packe es jetzt nicht aus, das ist noch alles hier zugeklebt. Das möchte ich auch so lassen, damit ihr das Gefühl habt, ich habe da noch nicht mit meinen Wichsgriffen drumherum gefuhrwerkt. Ha, hier habe ich es reingegriffen, guck mal. Ja, ähm, dazu gibt es auf jeden Fall dieses geile Mauspad. Das ist nicht irgendein ganz popliges oder sowas, was man so kennt, was man so von der Versicherung oder von den Zeugen Jehovas bekommt, sondern das ist ein richtig geiles Gaming, Pro Gaming-Mauspad. Da müsst ihr nichts mehr machen. Da könnt ihr, wenn ihr ein Shooter spielt, zum Beispiel einfach die Maus wegwerfen und die killt alle auf dem Server. Also auf jeden Fall mit dem Headshot. Das ist auf jeden Fall der Skill von diesem mega, mega krassen Mauspad. Ihr könnt auch mal gucken, was da draufsteht. Durable Silikon Fabric. Also es ist Silikon, ja, da kennen wir uns natürlich alle mit aus mit Silikon. Dann ist es waschbar, auch sehr wichtig, wenn man gerne am Rechner ist. Ähm, best of both worlds, portable, rollable design, that's fair, blablabla. Also du kannst es gut zusammenrollen und auch mit in Urlaub nehmen, ne, wenn du da ein paar Headshots verteilen möchtest. Also dieses geile Gaming-Set von Asus, beziehungsweise Republic of Gamers, bekommt ihr hinter Tor 2, wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt, Tor 2, Hashtag Tor 2, wie auch immer. Ähm, dazu wird es auch wieder einen Beitrag auf meinen Blog geben. Wenn ihr eure Gewinnchance erhöhen wollt, dann schreibt doch bitte unter dem Blog Beitrag einen Kommentar mit Tor 2. Und das Ganze auch bei Facebook und das Ganze auch bei Instagram. Das werde ich aber auch noch dazu sagen, also ganz easy peasy. Es müsste jetzt schon bald Weihnachten sein. Davor bekommt es leider nicht mehr, aber danach. Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten und falls wir uns vorher nicht mehr sehen oder hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf das alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.